Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände... Krebs. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mein Führer, Steiner und Burgdorf. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Ich statt Feindlinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Gründerland, das ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Das ist doch kein Schmeiß. Marika Gier, 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 Mar Valor, a la luz, si eres un gaitu, piénsalo, es tu vida Y si dicen, po que digan, valor, valor, que oscuro es un armario Sal de ahí y vente aquí, tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta y pluma pluma gai Fiesta, fiesta y pluma pluma gai Que importa si al niño sale gai